Zitate aus dem Kursbuch Meditation, zweiter Teil. Wir wollen uns im Folgenden weiter mit einigen Techniken und Möglichkeiten bzw. mit Ansichten über Meditation beschäftigen. Und hier in der Folge nochmal Zitate aus dem Kursbuch Meditation von David Fontana mit den entsprechenden Kommentaren. Sammlungsstille und Einsicht. Es geht ja immer wieder um diese drei wichtigen Punkte Sammlung. Ich sammle mich, damit konzentriere ich mich, ich lasse mich auf etwas ein. Ich bin nicht ablenkbar, ich kann mich immer weiter konzentrieren, meine Aufmerksamkeit spüren und entsprechend weiter konditionieren, wenn wir es so ausdrücken wollen. Die Folge davon ist Stille und die Folge davon ist Einsicht. Für manche Menschen ist die in der Meditation erlangte Stille, auf welcher Ebene auch immer, bereits das Ziel. Ohne jeden Zweifel ist diese Stille für einen gelasseneren, produktiveren und ausgeglicheneren Umgang mit dem Leben von großem Wert. Doch es gibt noch eine dritte Stufe der Meditation. Und sie ist es, die den Meditierenden zum Kern meditativer Erfahrung führt. Es ist die Stufe der Einsicht, das Stadium, in dem wir jene Entdeckungen machen, die die Frage, wer bin ich, beantworten. Manchmal wird diese Ebene in der Meditation ganz spontan, wie dank einer Gnade oder etwas, was einem zufällt, erreicht. Doch normalerweise erfordert ihr Erlangen eine eindeutige Verpflichtung, nämlich eine Verpflichtung, die manche als hohe Forderung empfinden und von daher nur ungern eingehen wollen, weil man sich da natürlich darum bemühen muss. Diese Verpflichtung besteht darin, ganz genau zu betrachten, was in ihrem Geist geschieht, was immer das auch sein mag. Das erfordert eine Art Aktivität, im Gegensatz zu dem eher passiven Zustand, der in der Stille erfahren wird. Doch kann diese Form der Aktivität nur erreicht werden, nachdem der Zustand der Stille eingetreten ist? Hier stoßen wir erneut auf ein Paradoxon. Der Versuch, diese Stufe vorzeitig zu erreichen, rührt den Geist nur auf. Und es ist so, als würde man den Schlamm am Boden eines Teiches aufwühlen. Ist die Stille eingetreten, wird diese Aktivität den Geist nicht mehr stören. Und sie erfordert keine größeren geistigen Energien als die Beobachtung des Atems. Diese Aktivität ist weit davon entfernt, den Schlamm am Grund des Teiches aufzuwühlen. Es ist eher so, als bewegten sie ihre Hand im klaren Wasser und beobachteten, wie sich die kleinen, kristallklaren Wellen in alle Richtungen hin ausbreiten. Sie können aber diese Aktivität der Einsicht üben, während sie bei der Atembeobachtung bleiben. Dabei beobachten sie ihre Ein- und Ausatmung auf das Genaueste, um zu erkennen, ob sie lang oder kurz, schnell oder langsam, grob oder fein ist, und ebenso genau beobachten sie die Empfindungen, die durch den Atem hervorgerufen werden. Letztendlich untersuchen sie, was diese Empfindungen sind. Es mag seltsam erscheinen, aber diese scheinbar so simple Übung erschließt letztenendlich das Geheimnis des Wahrnehmenden und des Wahrgenommenen und enthüllt die Wirklichkeit selbst. Eine andere Möglichkeit, die Aktivität der Einsicht zu üben, liegt darin, die Aufmerksamkeit vom Atem auf die Gedanken zu lenken. Bisher sind die Gedanken bei der Meditation im Hintergrund verblieben, während der Atem in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt war. Nun werden ihre Gedanken selbst aber zum Mittelpunkt. Aber sie müssen weiterhin darauf achten, sich weder geistig noch emotional in sie zu verstricken und sich von ihnen nicht auf ihre Tagtraumreisen mitnehmen zu lassen. Sie beobachten sie einfach mit derselben aufmerksamen Losgelöstheit, mit der sie zuvor den Atem beobachtet haben. Sie lassen die Gedanken auch wieder ähnlich den Wolkenspiegelungen auf dem Wasser vorüberziehen. Doch jetzt ist ihre Aufmerksamkeit genau auf den Punkt gerichtet, aus dem sie aufsteigen und in den sie wieder verschwinden, sowie auf den Raum zwischen den Gedanken, wenn der Geist leer wird und einfach nur er selbst ist, in seinem bloßen Für-sich-Sein. Es gibt keine Worte, die dem Wert dieses Erlebens, dieser tatsächlichen Erfahrung der Einsicht auch nur annähernd gerecht werden könnten. Auf dieser Ebene beginnen sich nun die verschiedenen Meditationspraktiken voneinander zu unterscheiden. In ihren Techniken nicht in der Richtung, denn es gibt viele andere Objekte, außer dem Atem und den Gedanken, auf die man sich tatsächlich konzentrieren kann. Mit einigen von Ihnen und den damit verbundenen Techniken werde ich mich im nächsten Abschnitt beschäftigen. Ihre detaillierte Erörterung bildet einen großen Teil des Folgenden. Vipassana Meditation Vipassana oder Einsichtsmeditation ist eine vom Buddha selbst gelehrte Methode, bei der es unter anderem um die Sammlung auf den Atem geht. Der Atem ist ja immer wieder was Zentrales, auch bei vielen Meditationspraktiken. Wie gesagt, ist es nicht immer wichtig, nur den Atem zu nehmen, da nun aber einmal unser Atem stets vorhanden ist und wir ihm auch stets Aufmerksamkeit geben können im Sinne der Beobachtung, also im Sinne des Geschehenlassens. Wir kennen ja die Formel im autogenen Training, es atmet nicht. Da muss ich nicht speziell willentlich atmen, weil das natürlich sehr begrenzt ist und auch gar nicht funktioniert im Prinzip oder lange funktioniert, sondern ich spüre einfach nur den Atem, der immer wieder geschieht. und das ist so eine der zentralsten körperbezogenen, also eigenkörperbezogenen Möglichkeiten, die wir im Leben haben und deswegen taucht der Atem als Meditationsobjekt immer wieder auf. Der Buddha empfahl den Meditierenden achtsam atme ein und achtsam atme aus. In diesen einfachen Worten liegt der Kern der Übung. Man nimmt den Atem so achtsam wahr, dass kein Atemhauch unbemerkt ein- oder ausströmt. Der Meditierende beobachtet den Atem mit völliger Aufmerksamkeit sowie ein Wächter, das Kommen und Gehen beim großen Stadtdor überwacht. Üblicherweise konzentriert man sich auf die Stelle ganz vorn am Nasen Eingang, wo man am empfindsamsten für die kalte einströmende oder auch warm einströmende und umgekehrt die warme ausströmende Luft, wie auch immer sie beschaffen ist, ist. Man kann seine Aufmerksamkeit aber auch auf das sanfte Heben und Senken des Unterleibs richten. Beide Stellen sind gleichermaßen geeignet. Die erste ist etwas subtiler, die zweite steht in engerer Verbindung zum ganzen Körper. Wählen Sie also die Stelle aus, die Ihnen angenehmer ist, aber wechseln Sie nicht. Entscheiden Sie sich für die Nasenlöcher und dann achten Sie darauf, dem Atem nicht bis in die Lungen zu folgen. Der Wächter verlässt seinen Posten niemals ohne Erlaubnis, wenn man diese Metapher dazu zur Erklärung nimmt. Haben Sie erst einmal die Achtsamkeit für das Kommen und Gehen des Atems gefestigt, dann entwickeln Sie Einsicht in den Atemvorgang. Der Buddha sagt dazu, lang ausatmend weiß er, ich atme lang aus, lang einatmend weiß er, ich atme lang ein. Dies gilt ebenso bei kurzen Atemzügen. Was der Buddha hervorhob, war ein Gewahrsein für die Qualität der Atmung. Hat sich die Sammlung des Meditierenden bis zu diesem Punkt vertieft, kann er dem Wächter schließlich erlauben, das Stadttor zu verlassen. Der Übende kann die Technik des Abtastens den sogenannten Bodyscan, wie wir neuerlich sagen oder neuerer Zeit sagen, benutzen, sein Bewusstsein reisen lassen, ganz langsam und genau, das Gesicht hinunter, dann die Arme, den Körper und die Beine entlang und schließlich wieder zurück zu den Nasenlöchern, eine Reise, die unendlich langsam vor sich geht und bei der noch die kleinsten Empfindungen wahrgenommen werden. Gewinnt man auf diese Weise Einsicht, stärkt das die Kraft der Sammlung, damit der Konzentration und Wahrnehmung unermesslich. Und im Laufe der Zeit kann man seine Aufmerksamkeit dann auch auf den Geist richten und ebenso genau und objektiv untersuchen, was dort geschieht. Ein zentraler Aspekt der Aufmerksamkeit in jeglicher oder in vielen Meditationen ist ja immer wieder unser Ich, also unser Gewahrsein durch unser Ich oder das, was wir Ich nennen oder als Ich begreifen, denn es bin Ich als Person, Ich als dieser lebendige Mensch, dieser lebende Mensch in dieser Persönlichkeit. Und das Ich wird noch weiter Anlass sein, sich damit zu beschäftigen. Zum Beispiel die Frage, gibt es wirklich ein Ich oder bin ich letztendlich nicht auf tiefster Ebene oder auf hintergründigster Ebene Ichlos und die Ichlosigkeit ist vorhanden. Das sind Anlässe vieler Spekulationen und Möglichkeiten oder philosophischer Orientierung. Richard David Precht beispielsweise hat in seinem Buch geschrieben Wer bin Ich und wenn ja wie viele so eine kleine Suff Launen Headline die er da entdeckt hat aber immerhin ist es eben immer wieder auch diese Möglichkeit zu hinterfragen gibt es tatsächlich ein Ich oder gibt es eben kein Ich und gibt es viele Ichs oder gibt es etwas Universelles also etwas sehr Zentrales in der Meditationspraxis hier in Folge weiter Zitate das Ich Alle großen spirituellen Traditionen sprechen von der Notwendigkeit das Ich zu verlieren nicht im Sinne der Auslöschung möchte ich betonen nicht im Sinne des Ausradierens oder all das oder nicht im Sinne des Zerstörens oder des Tötens oder sowas sondern im Sinne ich würde es eher so bezeichnen jetzt auch aus der Zitatebene hinauskommend zu sagen es ist eine Erweiterung des Ichs es geht weiter es ist etwas Umfassenderes als nur unsere Konditionierung im Leben als nur unsere Autobiografie als die Erzählung Fantasien wie auch immer wir dann Ich definieren und gestalten sind also etwas Größeres etwas Umfassenderes und damit Eingebundeneres darum geht es weiter Zitat man verliert es entweder durch völlige Hingabe an Gott oder ein göttliches Prinzip wie zum Beispiel in theistischen Religionen oder indem man in sich hineinschaut und entdeckt dass dieses Ich nie wirklich existiert hat wie zum Beispiel im Buddhismus und den hinduistischen Advaita Philosophie aber was ist dieses Ich das wir verlieren sollen und wenn wir es verlieren geben wir dann unsere Individualität und damit unsere Identität auf wie es in gewissen im Hinduismus so beliebten Aussagen wie der Tautropfen gleitet in das glänzende Meer angedeutet scheint Wenn wir aber unsere Individualität verlieren ob in diesem oder im nächsten oder in irgendwelchen Folgeleben kommt das nicht einer Auslöschung gleich also das was ich anfangs auch sagte Wenn nichts von mir übrig bleibt dann scheint es als gäbe es keine Unsterblichkeit das heißt nichts das nicht sterblich wäre Diese Fragen sind so tiefgreifend dass sie selbst dann nicht leicht zu beantworten wären wenn wir über eine Sprache verfügten in der das möglich wäre doch Sprache ist begrenzt Doch sie werden in diesem Buch häufig gestreift insbesondere wenn ich über Formlosigkeit spreche und über die höchste Wirklichkeit die nicht Vielheit sondern Einheit ist Einige einführende Hinweise können jedoch hilfreich sein Von einer psychologischen wie auch einer spirituellen Warte ausgesehen ist das Ich diese Ansammlung von Eigenschaften Merkmalen Einstellungen und so weiter die von mir als ich anerkannt wird Ein erlerntes Konstrukt Andere Menschen sagen mir wer ich bin Anfangs sind es Eltern und Lehrer später Partner und Freunde Doch was sie sagen beinhaltet keinerlei absolute Wahrheit Es ist einfach nur ein Bild ein Abbild eine Symbolik eine Metapher von mir gefärbt von ihren eigenen Vorurteilen Annahmen Werten ihren Illusionen und ihrer subjektiven Sicht des Lebens und welches Ich ist überhaupt das wirkliche Ich das meiner Kindheit das vor zehn Jahren oder vor fünf oder das jetzige heutige und Weise dazu bei die Illusionen der Existenz eines Ich zu verstärken Meditation ist ebenso wie die tiefgreifenden Arten der Psychotherapie eine Möglichkeit dieses kleine Ich zu durchschauen und am Ende abzulegen Das doch was bleibt wenn es verschwunden ist es ist an Ihnen das herauszufinden doch wenn Sie Ihr Ich verlieren so verlieren Sie in Wirklichkeit nichts Wie könnten Sie auch etwas verlieren das überhaupt nicht existiert Sie lassen ganz einfach nur eine Reihe von Vorstellungen fallen jenen Schleier der Unwissenheit durch den Sie Ihr Sein bisher betrachtet haben Die Mystiker sprechen sogar von einer gewaltigen Ausdehnung des Seins wenn die Unwissenheit abgestreift ist Eine Ausdehnung die alles in einer vollkommenen Verwirklichung von Liebe und Einheit umfasst Es ist nicht dass ich nichts bin sagt der Mystiker sondern dass ich alles bin Fassen Sie Mut Eines können wir uns sicher sein Wenn die Erleuchtung erwacht wird sie Ausdehnung und nicht Verlust mit sich bringen Es gibt wie gesagt viele Arten der Meditation Hier eine Entspannungsmeditation als Zitat aus dem besagten Buch Alle Meditationsformen vielleicht mit Ausnahme der Koan Meditation haben eine entspannende Wirkung auf Körper und Geist Untersuchungen haben gezeigt dass Meditation tiefere Entspannungszustände hervorrufen kann als der Schlaf Vielen Meditierenden fällt auf dass sie hat sich ihre Praxis erst einmal einigermaßen gefestigt weniger Schlaf benötigen als zuvor und sie sich während des Tages viel aufmerksamer und wacher fühlen Fühlen sie sich aus einem bestimmten Grund besonders angespannt können sie die Meditationstechniken die in diesem Buch vorgestellt werden so anpassen dass sie gezielt zur Entspannung einsetzen so können sie die Techniken der objektiven Meditation anwenden um die entspannenden und beruhigenden Energien zu visualisieren die von ihrem spirituellen Lehrer zu ihnen strömen zum Beispiel dem spirituellen Lehrer oder sie konzentrieren sich wie in der vipassana Meditation auf den Atem und fühlen wie sie bei jedem Einatmen beruhigende Energie in sich aufnehmen und bei jeder Ausatmen Spannung loslassen oder sie füllen den Körper beim Einatmen mit weißem Licht und stoßen beim Ausatmen graues Licht aus Eine der wirkungsvollsten Entspannungsübungen kommt jedoch aus der fließenden Meditation Legen sie sich flach auf den Boden oder auf ein Bett schließen sie die Augen und richten sie ihre Aufmerksamkeit auf den Atem Sind sie ganz konzentriert dann gleiten sie mit ihrer Aufmerksamkeit den Körper entlang und zwar von den Zehen aufwärts und suchen sie ihn nach Spannungsherden ab Haben sie einen entdeckt sagen sie still loslassen und fühlen sie wie die Muskeln sich entspannen Stellen sie sich nun vor dass sie in hohem Gras oder an einem Sandstrand liegen je nachdem was ihnen angenehmer ist verstärken sie die Vorstellung indem sie sich das Gras oder den Sand auf dem sie liegen genau vorstellen lauschen sie den Wellen oder den Vögeln hören sie das Flüstern des Windes betrachten sie den blauen unendlichen Himmel über ihnen bei jedem Ausatmen wiederholen sie in Frieden schweben fühlen sie wie ihr Körper mit jeder Wiederholung immer leichter und leichter wird bis es so leicht geworden ist dass sie in das Blau über ihnen hinein zu schweben scheinen Erleben sie unermesslichen Frieden als lösen sie sich in den Raum hinein auf so dass sie eins mit dem Himmel werden und sie schweben noch weiter und wie weiter hinauf jenseits von Zeit und Entfernungen zu einem Zustand hin in dem es nur Frieden gibt Wenn sie sich dazu bereit fühlen kehren sie ganz allmählich wieder in ihr endliches und schwebendes Ich zurück Die Gelöstheit die sie gerade erfahren haben bringen sie in jeder Faser von Geist und Körper mit Sie sinken nun sacht hinab bis sie wieder im Gras oder im Sand liegen Spüren sie dann wie sich diese Oberfläche allmählich in die beruhigenden Stabilität des Bodens oder des Bettes verwandelt Zum Schluss fordern sie sich auf die Augen zu öffnen und wieder in ihrem Raum anzukommen Öffnen sie die Augen und verweilen sie ein paar Minuten in dieser entspannten Position Natürlich gibt es innerhalb der Meditationsmöglichkeiten der Meditationsmethoden eine Reihe von Visualisierungsübungen Es fällt uns einfach als Mensch da wir sowieso eine Fantasie veranlagung haben immer leicht sich etwas vorzustellen das Vorstellen ist unsere Fantasie und diese Fantasie können wir dann mit Worten begleiten oder mit Worten der Sprache auskleiden Aber das Rudimentäre ist immer wieder diese grundlegende Imaginationsfähigkeit die wir als Menschen haben Wir sind tatsächlich visuelle Wesen imaginierende Wesen Wir haben diese starke Vorstellungskraft und bevor unsere Sprache Worte und Deklaration findet und damit gewisse Orientierungen hat und Kommunikationswege und Verständigungswege entwickelt sind wir immer wieder imaginativ und in unseren Imaginationen das sagte ich ja auch an anderer Stelle immer wieder sind natürlich unsere Bedürfnisse drin da sind unsere Emotionen drin da sind unsere Gefühle drin also das Rudimentäre das unser Leben eigentlich bewegt und ermöglicht und insofern sind Visualisierungen etwas ganz Wesentliches Wir haben zum Beispiel eine Methode wie das Katatüme Bild erleben oder die Katatüm imaginative Psychotherapie die das sehr dezidiert in einer Methodik darstellt da haben wir zum Beispiel Grundmotive Wiese Bach Berg Haus das Boot um einige zu nennen die wir systematisch imaginieren wie auf einer Reise und innerhalb dieser Symbolik verbergen sich dann quasi unterbewusst oder eben auf einer bestimmten Bewusstseinsebene verschiedene Möglichkeiten unserer Zustände und so erkennen wir unsere Zustände wie auch immer sie geartet sind positiv oder negativ und wir können damit umgehen wir lernen beim Katatümen Bild erleben tatsächlich uns auf diese Imagination einzulassen und das ist oft viel leichter als nur über etwas abstrakt oder intellektuell oder rational oder eben vollkommen emotional verstrickt zu sprechen und insofern ist das etwas sehr Wichtiges Kommen wir an dieser Stelle zu dem Punkt der Achtsamkeit wiederum Zitat aus dem gesagten Buch Achtsamkeit bedeutet dass wir die Aufmerksamkeit nicht zu allen möglichen Dingen abschweifen lassen sondern auf die Erfahrung richten die wir jetzt gerade eben machen auf die Erfahrung jetzt und hier lebendig zu sein in den aufeinander folgenden Augenblicken des Daseins die alles sind was wir tatsächlich haben obwohl wir unser Leben als etwas betrachten das eine bis zu unserer Geburt zurückreichende Geschichte hat und eine Zukunft die sich vor uns erstreckt haben wir in Wirklichkeit immer nur den gegenwärtigen Moment den Augenblick und im Handumdrehen haben wir ihn verloren und erleben den darauf folgenden Augenblick und dann den Augenblick danach und so weiter und so weiter und jeder Moment ist so wie er in die Vergangenheit entschwindet genauso unerreichbar wie der Moment unserer Geburt warum aber sollen wir Achtsamkeit üben warum lassen wir das Leben nicht in benommener Zerstreutheit an uns vorüberziehen mit unseren Gedanken immer irgendwo anders als da wo wir uns wirklich befinden Natürlich bleibt es jedem selbst überlassen dies zu tun aber diejenigen die die Wirklichkeit kennenlernen wollen müssen damit beginnen herauszufinden wer sie sind müssen die Wirklichkeit erkennen wie sie von Augenblick zu Augenblick entsteht und vergeht Ohne dieses Wissen können wir nicht darauf hoffen die größere Wirklichkeit zu erkennen die hinter allem steht die jenseits des Entstehens und Vergehens unserer unmittelbaren Erfahrung liegt Bedeutet das wir dürfen uns nie in Gedanken verlieren die Zukunft planen oder uns an die Vergangenheit erinnern natürlich nicht nein das heißt es nicht es bedeutet dass wir wenn wir für die Zukunft planen oder uns an Vergangenes erinnern wissen sollten dass wir das tun aufgrund einer bewussten Entscheidung des Geistes sollten wir planen oder uns erinnern aber uns nicht fortwährend in Planungen und Erinnerungen abgleiten lassen um die Wirklichkeit des Jetzt zu vermeiden Der Buddhismus zum Beispiel lehrt dass der Geist oder eher der Ich bezogene und egoistische Teil des Geistes uns beherrscht und seine eigene Wichtigkeit aufzublähen und uns mit List zu dem Glauben zu verleiten er sei das was wir wirklich sind Wir schaffen diesen Egoismus und lassen ihn uns wie eine Kuckuck im Nest heranwachsen Wir verbringen unser Leben damit ihn mit unserer Aufmerksamkeit zu füttern ihn gegen vermeintliche Angriffe zu verteidigen Wir greifen die Dinge von denen wir glauben er wolle sie und vermeide die von denen wir glauben er wolle sie nicht Selbstsucht wird zu unserem Lebenswerk und während wir ihr dienen vergessen wir was unser wirkliches Lebenswerk sein sollte Nicht umsonst erinnern uns viele der großen Traditionen immer wieder daran aufzuwachen die Augen zu öffnen wieder geboren zu werden in jedem Augenblick immer wieder neu damit soll uns gesagt werden wenn wir uns dafür entscheiden halbwach durchs Leben zu gehen dann werden die Täuschungen die Fantasien und Albträume unsere kindischen Tatträume alles sein was wir erleben zum Schluss dieses Audios wollen wir uns mit einer Methode beschäftigen die vielleicht sehr komplex erscheinen mag oder schwierig dem sogenannten Sassen auch hier wiederum das Zitat und meine Abschluss Kommentare für dieses Audio in gewisser Hinsicht ist Sassen die schwierigste Meditations Form da der Fokus des Bewusstseins hierbei das Denken selbst ist statt die Gedanken durch den Geist hindurch ziehen zu lassen ohne ihnen Beachtung zu schenken beobachtet der Übende im Sassen die Gedanken ohne sich jedoch von ihnen ablenken zu lassen jeder aufkommende Gedanke wird als das betrachtet was er ist eine vorübergehende Schöpfung des Geistes der Meditierende lässt ihn vorbeiziehen ohne sich an ihn zu klammern ganz gleich wie reizvoll er ist und ohne ihn abzuwehren ganz gleich wie unangenehm er ist eine hilfreiche Analogie ist vielleicht die Vorstellung von einem Beobachter auf einer Autobahnbrücke der die Autos unter sich vorbeirasen sieht kein Auto wird durch den Beobachter aufgehalten und keines beschleunigt alle werden mit derselben Objektivität betrachtet der Beobachter fällt keine Urteile indem ein Auto attraktiver findet als ein anderes alle Autos haben dieselbe Eigenschaft gemeinsam nämlich Bewegung sie alle kommen aus einer Richtung und entschwinden in eine andere die Beobachtung der Gedanken unterstützt die Erforschung des Geistes in dreierlei Hinsicht erstens sie distanziert sie von ihren Gedanken dadurch können die Gedanken nicht mehr länger die überwältigenden gefühlsmäßigen Reaktionen hervorrufen die zu leiden führen das bedeutet nicht dass sie auch aufhören angenehme Empfindungen zu erleben sondern es bedeutet dass diese Gefühle mehr aus der Erfahrung erwachsen als aus bloßen Gedanken über die Erfahrung zweitens sie ermöglicht ihnen zu erkennen was Denken wirklich ist eine Folge von Worten oder Bildern so flüchtig wie Schneeflocken die ins Feuer fallen der Geist wird doch wohl mehr sein als das drittens sie befähigt sie die Lehre zu erkennen aus der die Gedanken aufsteigen und in die hinein sie wieder verschwinden Für den Buddhismus ist Lehre ein ganz wesentlicher Begriff er bezieht sich auf das formlose Potential aus dem die Schöpfung unaufhörlich hervorströmt und in das hinein sie unausgesetzt verschwindet und in das hinein sie unausgesetzt verschwindet in gewisser Weise ist Lehre kein so geeignetes Wort dafür weil es an ein Vakuum und an eine Auslöschung denken lässt während das wovon wir sprechen aber ein unendliches Potenzial des Geistigen ist eine im Sassen häufig verwendete Übung um der Erforschung des eigenen Denkens zu schärfen besteht darin jeden Gedanken sobald er aufsteigt zu identifizieren einige Gedanken sind Erinnerungen andere sind Hoffnungen Erwartungen Nostalgie Zweifel Ängste was auch immer und so weiter ebenso werden auch die Gefühle identifiziert oder wir können auch dazu sagen etikettiert Ärger Furcht Hass Wut Liebe Begehren und so weiter Der Meditierende identifiziert sich jedoch nie mit einem dieser vorübergehenden Phänomene Noch beurteilt er es Diese Phänomene sind was sie sind Flüchtig Flüchtige Episoden an der Oberfläche des Geistes Nach einiger Zeit der Übung wird ein Punkt erreicht wo die Gedanken weniger häufig aufkommen Der Beobachter ist immer noch da aber auf der Autobahn ist es nun ruhig geworden Die Ruhe wird mit derselben unvoreingenommenen Bewusstheit betrachtet wie zuvor die Gedanken und begleitet wird diese Ruhe von tieferer Einsicht in die Leere und die Leere erschließt sich dann immer weiter Also wir haben in dieser Zitatensammlung das möchte ich zum Abschluss sagen doch einiges gelernt über die Möglichkeiten von Meditation über die Möglichkeiten von Kontemplation und es gibt noch viele viele andere Ansatzpunkte im Grunde genommen so viele Ansatzpunkte wie wir als Menschen jemals in Kulturen und historischen Epochen uns geschaffen haben oder uns damit beschäftigt haben Es ist also überall möglich Ansatzpunkte zu finden buchstäblich in jedem Augenblick des Lebens wo wir etwas entdecken und auf diese Art und Weise an die Dinge herangehen können Aber das Entscheidende in der Meditation um das nochmal auf den Punkt zu bringen ist ja nicht nur die Entspannung diese technizistische Entspannung oder technische Entspannung wie wir sie zum Beispiel in der progressiven Muskelentspannung haben eine ganz einfachen und auch sehr wirkungsvollen Methode sondern es ist tatsächlich die Durchdringung dessen was wir sind dessen was unsere Existenz ausmacht dessen worin wir uns befinden woher wir kommen wohin wir gehen was auch immer also ohne spekulativ zu sein sondern tatsächlich damit umzugehen und diesen Erfahrungsweg zu gehen und eine Möglichkeit praktisch ein Nebenprodukt könnte man geradezu in Verlegenheit sein zu sagen ist ja die Entspannung vielen Menschen geht es nur um die Entspannung auch das ist nicht einfach für viele Menschen deswegen bemühen wir uns ja immer wieder darum das zu lehren sondern es geht um einen viel viel größeren und viel viel umfassenderen Weg der auch und das möchte ich nochmal sagen auch nicht weltanschaulich gebunden ist der Buddhismus hat sich sehr beschäftigt wenn ich den Buddhismus immer wieder erwähne dann hat er sich natürlich sehr beschäftigt wir haben das gleiche im Christentum oder ähnliches im Christentum oder im Islam oder im Jüdischen es ist egal wo also all den Traditionen all den Kulturen all diesen religiösen spirituellen Überbauten die sich mit diesen zentralen Themen unseres Menschseins beschäftigen und beschäftigt haben und insofern ist das etwas sehr Wichtiges also jeder der Menschen beibringt wie sie sich entspannen sollte sich bewusst sein dass Meditation etwas sehr Wichtiges ist und übrigens auch etwas was Menschen immer mehr brauchen und geradezu auch verlangen wo sie sagen sie haben eine unheimliche Sehnsucht und ein Bedürfnis danach weil natürlich die heutige Zeit voll ist voller Dinge voller Reizüberflutungen voller Abwechslungen allein die Internet Surfqualität oder das was wir tun ständig ist eine ständige Ablenkung und ein hin und her surfen und hin und her gehen und eine Multidimensionalität von Forderungen die auf uns einprasseln tagtäglich und das fällt eben vielen Menschen zunehmend schwerer damit umzugehen umso wichtiger ist es sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und vielleicht haben diese beiden Audios ein Stückchen dazu beigetragen zu sehen